Next challenge, come on in. Okidoki, challenge. Ah, ok, äh, ich mein, ah ne, wir haben gar keine Pistole, das ist ja, das ist ja krass. Wir haben gar keine Pistole, das sehe ich jetzt, das ich dachte, vielleicht muss ich die Fässer damit abschießen. Und dann kann man es ja gar nicht mehr Pistolen starten, oder? Ich muss aber erstmal gucken, dass der mir die Fässer weg macht. Deswegen, der sollte mal sich wieder auf mich konzentrieren, bitte, wenn es geht. Vielen Dank, vielen Dank, jetzt muss er es nur noch einmal machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Splash von seinen Raketen ausreicht. Nee, die da oben erwischt er nicht, wirklich. Aber die hat er mir ja schön weggemacht, vielen, vielen Dank. Ich danke dir sehr herzlich. So, das hier war wichtig. Okay, so. Oh, jetzt hat er sich aus irgendeinem Grund teleportiert, oder? Ach, der tut gar nicht mehr angreifend so. Hängt der jetzt da praktisch fest da drin? Ach, dann tötet man den gar nicht, oder was? Oder? Weil ich kann hier ins... Ah, nee, warte, ich möchte mal ganz kurz was gucken. Ich speichere zwar mal. Okay, das ist der Sext, man tötet ihn hier tatsächlich nicht. Ich mein, gut, dann ist das halt, äh, nichts unbedingt, was man mit immer 100% Kills erledigen kann. Außer ich hätte irgendeine Möglichkeit gefunden, wo er sich dann nicht wehren kann und ich kann ihn tot prügeln. Das finde ich dann mal so schlecht, so eine Berserker-Fähigkeit. Dann sind dann einfach verprügeln. Naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann, das sehen wir ja. Äh, ja. Würden wir sagen, sieben sie im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.